Ich bin jetzt extra noch losgefahren, blaues Tischtuch gekauft. Ich bin losgefahren. Du bist losgefahren? Ja, du hast gesagt, du hast losgefahren. Ach so, hab ich gesagt. Nee. Ups. Benni, magst du jetzt auf deinen Platz gehen? Sonst machen wir hier gleich kalte Schnauze. Backen. Laschkratze. Achtung, Ruhe, wir drehen. Alles klar. Moin, moin. Herzlich willkommen zurück in unserer Küche, die wir uns ja hier so schön teilen. Oma, was machen wir heute? Wir machen einen ganz besonderen Kuchen für ein paar ältere Damen. Und zwar musste ich Florian darum bitten, mir zu helfen, weil die anderen Damen, die morgen kommen, alle ganz versierte Kuchenbäckerinnen sind, Tortenbäckerinnen. Und ich bin ganz, ganz ahnungslos. Ich kann es nicht. Aber Florian wird mir jetzt helfen. Und morgen kann ich damit angeben. Ich fürchte, Oma hat so die Vorstellung, dass ich irgendwie sowas wie die männliche Sally 2.0 bin. Bin ich nicht. Ihr wisst es, wie meine Katastrophenkuchen immer aussehen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben schon einmal Probe gebacken und probiert. Und den Kuchen machen wir auch. Das war fantastisch. Wenn wir das wieder so hinkriegen, dann bin ich morgen also die perfekte Gaske. Deshalb machen wir nämlich heute eine Kaffeetafel für Angeber. Und ich zeige euch jetzt schon mal, das erste, was auf einer Kaffeetafel auf keinen Fall fehlen darf, ist so ein schöner, trockener Kuchen, der trotzdem saftig ist. Und zwar Marmorkuchen. Aber nicht nur ein normaler, sondern wir machen ein Nutella-Marmorkuchen. Und zwar Marmorkuchen. Marmorkuchen. Marmorkuchen Marmorkuchen Bevor wir starten, normalerweise hast du immer eine Küchenschürze um, ne? Ich habe mir schon einige Pullover verdorben, weil ich ohne Schürze arbeite, deswegen trage ich diese Cornwallsachen, die kann ich richtig gut waschen. Oha, guck mal Oma, da sind sogar zwei, dann machen wir uns jetzt erstmal schick. So, jetzt nehmen wir aber auch seltsam auf. So ist es gut? Ja, sieht gut aus. Für unseren Kuchen haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet und zwar haben wir die TK-Beeren aufgesetzt im Topf mit Zucker, das Ganze schön aufgekocht und püriert. Danach mit Stärke und Wasser abgebunden und das Ganze jetzt abkühlen lassen. Den Teig für unseren Kuchen habe ich auch schon vorbereitet, dafür habe ich einfach Mehl, Backpulver, Zucker, ein Eigelb und Butter gemischt und so einen richtig schönen Mürbeteig draus gemacht und nicht schocken lassen. Das ist am Anfang total krümelig, aber da wird ein richtig guter Teig draus. So lange muss man halt kneten, dann wird das Ganze schön eingepackt und kommt für mindestens 20 Minuten in den Kühlschrank. Das ist eigentlich der Teig, den ich immer für Weihnachtskekse verwende. Ja, kann man auch Kekse draus machen. Die Hälfte davon, da wollte ich tatsächlich auch Kekse draus machen, habe ich dann schön Löffel genommen und das ausgeschnitten und auf die Löffel gelegt und schön gebacken. Und ihr seht, was das für eine Katastrophe geworden ist. Aber diese gebackenen Kaffeelöffel als Kekse. Und wenn es eine Nachtschicht wird, die kriegst du. Das muss aber heute Nacht sein. Morgen kommen meine Leute. Ja, ja, heute wird die Nachtschicht. Ja, das ist ein richtiger Keksteig. Genau. Das ist sozusagen der Untergrund für unseren Käsekuchen, weil du hast dir den ja aus so einer Zeitschrift ausgesucht. Ja. Und Oma hat sich so einen richtig genialen American Cheesecake ausgesucht. Habe ich vorher auch noch nie gemacht, deshalb ich habe es einmal ausprobiert und der war echt lecker. Und wir brauchen als erstes richtig viel Frischkäse, weil die Amerikaner kennen tatsächlich nicht normalen Quark. Und da darfst du jetzt schon anfangen zu rühren, auf kleinster Stufe langsam rühren. Und während Oma jetzt rührt, kommen nach und nach vier Eier dazu. Oh, das riecht schon so lecker, dieser Frischkäse. Zucker habe ich jetzt auch noch dazu getan. Wichtig ist halt, dass der Käse langsam auf die niedrigste Stufe gerühlt wird und die Eier wirklich für die Stufe zugegeben werden. So. Schürze war ganz angebracht. Schürze auch, aber meine Brille ist auch voll gespritzt. Also wir sind noch nicht fertig mit Brille, wir müssen noch ein bisschen spritzen und danach machen wir erstmal Brille sauber. Jetzt kommt die weiße Schokolade da mit rein. Dann muss ich mich auf den Brille kürzen. Dann muss ich mich auf den Brille kürzen. kann, dann siehst du so jung und schön aus. Vielleicht sollte ich die Brille dreckig machen. Hat Oma mich gerade gesisst? Der Ofen ist jetzt vorbeheizt auf 150 Grad Umluft und ganz wichtig, auf der untersten Schiene ist ein Blech, da kommt Wasser rein, weil wir den Kuchen langsam garen. Der wird weniger gebacken, der wird mehr gegart. Auf 150 Grad, dann brauche ich nachher anderthalb Stunden ungefähr im Ofen. Deshalb haben wir ja den Boden auch schon vorgebacken und da kommt jetzt ungefähr zwei Drittel der Masse rein. Nimmst du Umluft oder Ober- und Unterhitze? Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich so Brote backe und Pizza und sowas, danke, dann nehme ich lieber Ober- und Unterhitze. Aber wenn ich so Sachen mache wie Kuchen oder so, finde ich Umluft halt praktischer, weil sich die Hitze besser verteilt. Jetzt wird das einfach so glatt gerüttelt und jetzt kommt unsere vorbereiteten Beeren. Die habe ich schon hier in so eine Tüte. Das ist sozusagen mein Spritzbeutel-Ersatz. Und die wird jetzt aufgeschnitten und dann kreisrund aus der Mitte, wie so eine Spirale, legen wir die Beeren jetzt in diesen Kuchen, in diese Creme Käsefüllung rein. Und dann wird halt vorsichtig die restliche Frischkäsefüllung über den Kuchen verteilt und wir verstecken unsere Beeren-Spirale, die wir da eingebaut haben. Damit wären wir mit dem Kuchen auch schon durch. Der kommt jetzt in den Ofen. Wie gesagt, 150 Grad Umluft mit dem Wasserbad. Und dann hocken wir mal und drücken die Daumen, dass sowas wird. Ja. Aber was sagst du denn? Wir haben doch gesagt, wir machen Kaffeetafeln für Angeber. Ja. Ich habe einen eigenen Likör gemacht. Wie hast du das denn hingekriegt? Das ist ein Bailey's Likör. Ich weiß, das letzte Mal, als ich einen gemacht angesetzt habe, der hat dir gar nicht geschmeckt, ne? Gestern von den unreifen Walnüssen, das war eine Katastrophe. Ich habe gedacht, du wolltest mich vergiften. Ich habe das aber auch ein bisschen. Wir probieren erst mal und dann verrate ich, wie er gemacht wird. Einverstanden. Prost. Prost. Oh, ist der köstlich. Lecker, ne? Ist übrigens auch eine super Geschenkeidee. Kann man in kleinere Flaschen machen. Und der wird ganz einfach gemacht. Und zwar Kondensmilch kommt in einen Topf, wird heiß gemacht und da rein schmeißt er diese richtig leckeren Karamellbonbons. Dann kommt noch ordentlich Espresso dazu und es gibt... Halt, Zwischenfrage. Wie machst du Espresso? Nimmst du Kaffee aus der Kaffeemaschine oder... Könntest du auch. Ich habe jetzt aber, wir haben ja so eine kleine Mini-Espresso-Maschine. Ja. Da habe ich dann Espresso gemacht und da mit reingemacht. Ach so. Man kann aber auch natürlich Kaffee nehmen. Also ist das praktisch ein Karamell-Kaffee-Nee. Und wenn sich alle Bronschen richtig aufgelöst haben, dann kommt der Schnaps dazu. Ich habe Korn genommen. Und dann bitte nicht mehr kochen, weil sonst ist der ganze Alkohol weg und das wollen wir ja nicht. Das ist auch ein bisschen schade. Ne, genau. Deshalb heiß abfüllen in Flaschen und dann hält sich das so tatsächlich zwei, drei Monate. Ich glaube, bei uns hält er sich nicht so lange. Die Zauberei sind wir beide wieder schick ohne Schürze. Denn der Kuchen hat über Nacht wunderbar ausgekühlt. Rein optisch von oben gesehen, finde ich, ist mal wieder so typisch Florian. So ein kleines Desaster. Machen wir aber gleich hübsch. Unsere Kekse, da habe ich eine Nachtschicht eingelegt, aber so lange war es gar nicht. Ging dann doch relativ schnell. Ich habe den Teig einfach nochmal gemacht und dann habe ich die nicht auf die Löffel gelegt, sondern einfach so aufs Backblech gebacken. Und ganz wichtig, bevor man die in die Schokolade trinkt, einfriert. Ja, stimmt. Schokolade ist heiß und das ist kalt. Genau, das zieht viel schneller an und man hat nicht so eine Sauerei. Aber wir sauen jetzt hier rum. Darf ich vorher nochmal eine Frage stellen? Ja. Wie ist Backpapier und Backblech? Wie kriegst du das ab? Mir ist es mal passiert, da wollte ich das runternehmen und das mit der Kuchen zerflatscht. Kennst du den Trick mit der Tischdecke? Gedeckter Tisch und man zieht ganz schnell. Den Trick kenne ich, aber ich kann den nicht. Die Chance ist jetzt 50-50, dass es klappt. Das möchte ich doch gerne mal sehen. Das interessiert mich wirklich. Ich ziehe hier so ein bisschen hoch und ziehe den Kuchen so ein kleines Stück rüber, sodass er nicht runterkippen kann. Wirklich nur so ein, zwei Zentimeter und klappt das Papier nach hinten hin und dann relativ flach in Position bringen, Papier festhalten und das Papier unten drunter so wegziehen. Ja, das habe ich nämlich noch nicht geschafft. Also ich habe es aber auch schon mal geschafft, dass der Kuchen dann sich einmal gedreht hat. Ja und ich habe es geschafft, dass er sich auch die Hälfte geteilt hat und ich musste ihn kleben hinterher. Aber Papier, alle Köche sind beschissen, die sie nicht zu helfen wissen. Ja. Und wir hübschen den jetzt mal richtig auf. Dafür haben wir hier schon Wasser gekocht. Ich habe hier nämlich so ein Instant-Tortenguss. Das haben wir ja klar nicht. Ja. Ich mag es allerdings nicht, wenn er so ein Obstkuchen ist, da liegt dann schönes frisches Obst drauf und dann wird es komplett damit übergossen. Das ist schade. Das sieht so unnatürlich aus. Ja und es ist auch nicht lecker, meine Meinung. Wir benutzen das jetzt nur als Klebstoff. Und jetzt ist halt der Trick, der Kuchen ist kalt, die Früchte sind kalt. Und jetzt nimmt man die einzelnen Früchte, taucht die so ein bisschen da ein in den Klebstoff und klebt sie auf den Kuchen. Und je weniger man darüber nachdenkt, umso besser sieht es nachher aus. Achso, nicht jetzt irgendwie ein symmetrisches System oder was. Gar nicht drüber nachdenken, einfach wild drauf los. Ja, also wenn das jetzt noch so weiß aussieht, möchte ich den nicht nehmen. Das ist zwar so ein bisschen Schmiererei. Ja, ich merke das schon. Aber du machst ihn zu finden. Ja, der ist mal aus Versehen reingeflutzt. Ja, dann darfst du den da zur Seite legen. Wir wollen ja einen Angeberkuchen machen. Aber ich finde, der sieht schon mal toll aus. Ich gebe sowieso mit deinen Kochkünsten an. In beiden kann ich nicht angeben. Unser toller Berry Berry American Cheesecake ist fertig. Der Topfkuchen ist fertig. Also dieser Marmor Nutellakuchen ist fertig. Die Kekse sind fertig. Der Likör ist fertig. Was fehlt noch? Tisch? Die Tischdekoration. Oma ist gestern sogar extra noch losgefahren. Da hast du noch ein Tischtuch gekauft, weil du nicht die richtige Farbe fürs Geschirr und so hast. Tischduch habe ich nicht gefunden. Ich habe ein Stück Stoff gekauft. Auch ich habe heute Nacht was gemacht. Ich habe daraus eine Tischdecke genäht. Also hier ist wirklich mal heute High Quality Content. Ich zeige euch das gleich natürlich auf jeden Fall, wie unsere schöne Kaffeetafel aussieht. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen hoch für dieses Video hier. Schreibt uns fleißig in den Kommentaren und lasst Oma mal ganz viel Liebe hier. Würde ich mich auch drüber freuen. Oma liest im Moment gebraucht. Ja, und Oma liest auch immer alle Kommentare. Das wäre dann schon fast alles. Kanal abonnieren, aufs Glöckchen drücken, dann seid ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ab und zu wirst du mir hier jetzt assistieren. Ja, du hast es ja gemerkt. Ich brauche dich unbedingt, um sowas zu fabrizieren. Was ich nicht kann, kann er. Und was ich nicht kann, kannst du. Vielleicht. Ja. Also wir wollen ein Team werden. Das ist sowieso. Das ist sowieso. In diesem Sinne, ich sag tschüss und danke. Und tschüss. Tschüss.